Wie wirkt sich Alkoholismus auf die Familie aus? Die Auswirkungen von Alkoholismus auf die Familie sind oft schwerwiegender, als die Familie unmittelbar merkt. Nicht nur, dass Familien im Allgemeinen nicht in der Lage sind, normal zu funktionieren, wenn ein oder mehrere Mitglieder Alkoholiker sind, sondern der Einfluss von Alkoholismus auf die Familie kann sich möglicherweise über zukünftige Generationen ausbreiten. Das Suchtmuster kann von Kindern wiedergespiegelt werden, die sich später dem Alkohol zuwenden, um mit starken Emotionen fertig zu werden, da dies das Verhalten ist, das sie in ihren Gründungsjahren gelernt haben. Alkoholismus kann Familien auseinanderreißen, besonders wenn der einer der primären Betreuer ist, der süchtig ist. Alkoholismus kann tiefgreifende Auswirkungen auf die Fähigkeit einer Person haben, für andere Menschen und für sich selbst zu sorgen. Alkoholiker sind physisch abhängig von der Substanz, die häufig das Kurzzeitgedächtnis, die Fähigkeit zur Vernunft und die Fähigkeit zur Steuerung motorischer Funktionen beeinträchtigt. Dies macht Alkoholiker weit weniger in der Lage, für sich selbst zu sorgen, geschweige denn für andere Menschen in der Familie? Alkoholismus kann sich auch finanziell tiefgreifend auf die Familie auswirken. Menschen mit physischen und emotionalen Abhängigkeiten von Alkohol können eine Menge Geld ausgeben, um ihren Bedarf an Getränken zu decken. Einige Alkoholiker verlieren ihre Arbeit, und dies zwingt die Familie häufig zu finanziellen Problemen. Eltern und Betreuer sind nicht die einzigen Parteien, die eine Familie beeinflussen können, Alkoholismus kann sich auch auf die Familie auswirken, wenn eines der Kinder ein Alkoholproblem hat. Ein Sohn oder eine Tochter, die Probleme mit Alkoholismus und Alkoholexzessen hat, zwingt die Familie auch dazu, eine Methode zur Alkoholrückgewinnung zu finden, die andere Probleme unter den Teppich kehren lässt. Suchtkranke werden auch häufiger in Straftaten verwickelt und befassen sich mit anderen Drogenmissbrauch, wodurch die Probleme im Zusammenhang mit dem Alkoholismus, mit dem die Familie konfrontiert ist, im Allgemeinen zunehmen. Ein Alkoholiker kann die Bedürfnisse des Restes der Familie nicht wirklich in den Vordergrund stellen, da er psychisch und physisch vom Alkohol abhängig ist. Viele Menschen erreichen den Punkt, an dem sie nicht mehr aufhören können zu trinken, selbst wenn sie dies möchten, es sei denn, sie nehmen an einem Alkoholentgiftungsprogramm teil. Die Genesung von Alkoholikern kann auch Familienmitglieder haben, die ständig besorgt sind, dass die Person einen Rückfall erleidet, wodurch die gesamte Familie auf Nadel und Nadel stecken kann. Die Auswirkungen von Alkoholismus auf die Familie können sich positiv auswirken, wenn das Alkoholkranke Familienmitglied zugestimmt hat, mit dem Trinken aufzuhören und sich behandeln zu lassen. Häufig ist die Genesung mit der Hilfe aller verbunden, so dass eine Familie zusammenarbeiten muss. Der Akt der Zusammenarbeit zur Verbesserung der Familieneinheit kann einen enormen positiven Effekt haben, der alle zusammenbringt. Vielen Dank.